Warum lädt Gott das zu? Der Clanch Chambers aus New York hatte eine grosse Sehnsucht, Gott zu dienen in Ecuador. Als er nachher am Flugplatz abfliegen wollte, wollte er seiner Mutter eine Karte schicken. Dann war es spät, um noch eine zu kaufen und sah auf dem Boden eine Karte, die darauf hieß, eine Werbekarte, warum. Um das Warum herum schrieb er seine Grüße und schickte den Marken darauf und schickte ihn ab. Am gleichen Abend ist das Flugzeug auf dem 4000 Meter hohen El Tablo zerschellt und er kam um das Leben. Und nachher später die Mutter die Karte in der Hand hat, warum hat sich das tief in der Seele hineinbrannt. Warum Gott? Warum lädt Gott das zu, ist die häufigst gestellte Frage gegen christlichen Glauben. Warum ist es eigentlich auch so? Bei anderen Religionen ist das oft nicht das Problem. Warum ist das bei uns eine Herausforderung? Ganz einfach. Wir kennen einen Gott von Liebe. Das gibt es in anderen Religionen nicht. Aber einen Gott von Liebe und Leid, das passt nicht zusammen. Und die Frage, warum lädt Gott Terroranschläge, Kriege, Naturkatastrophen, Flugzeugabsturz, Armut, Krankheit zu. Und vor allem, wenn es nicht nur persönliche Familie ist, wird es noch viel brisanter. Die Frage, warum lädt Gott Leid zu, ist ganz schwierig zu beantworten. Und die Theologen haben so ein bisschen vier Einsichten gefunden zu diesem Thema. Das Erste ist, Gott hat den Menschen freien Willen gegeben. Wir lesen in 1. Mose 1,27 Gott schuft den Menschen als sein Ebenbild. Folge dessen hat Gott uns keinen freien Willen gegeben. Also wir haben einen freien Willen von Gott bekommen. Es ist noch interessant, bevor der Mensch sich von Gott getrennt hat, hat es kein Leid gegeben im Paradies. Und mal im Himmel würde es auch kein Leid geben. Also der Punkt, dass Leid in diese Welt gekommen ist, hat zu tun, dass sich der Mensch von Gott getrennt hat. Er hat sein Willen missbraucht, in dem, dass er selber das Leben meistern wollte. Die Finanzkrise, Spekulationen, Gewinnsucht hat doch mit Menschen zu tun. Oder auch ungerechte Verteilung von den Nahrungsmitteln, Trinkwasser, medizinische Versorgung. Sind wir menschenverantwortlich? Klimaerwärmung, Umweltzerstörung, so wie Krieg und Terror, haben zu tun mit Menschen. Selbst die Scheidung von zwei Menschen hat zu tun mit uns. Häuserliche Gewalt, Probleme Alkohol, Sucht usw. Ganz vieles hat zu tun mit uns. Und so schnell geben wir Gott schuld. Aber das ist ja schon wie uns Menschen, dass wir jemand anderes schuld geben. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass einer geschrieben hat, der Versicherung Liebe Mobiliar. Als ich rückwärts mit dem Auto in die Einstellhalle fuhr, war da plötzlich eine Strassenlampe, die sonst nicht dort stand. Aber jetzt steht sie auch nicht mehr dort. Es ist einfach immer der anderen die Schuld geben. Und viele brauchen das. Gott ist die Schuld, weil man sich eigentlich nicht mit Gott was auseinandersetzt und mit sich selber. Interessant, dass die Statistiken zeigen, dass im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, durch all die Kriege und Terrorismus, 300 Millionen Menschen sind um das Leben gekommen. Aber die Menschen, die um das Leben gekommen sind, der Naturkatastrophe, ist nur ganz, ganz ein verschwindend kleiner Teil. Also, Nicky Gamble sagt, der anglikanische Pfarrer, dass 95% von allem Leid auf dieser Welt mit uns Menschen zu tun hat. Also, der allergrösste Teil von Leid ist verursacht von uns Menschen auf dieser Welt. Darum müssen wir die Frage ehrlich umdrehen. Warum lässt der Mensch das zu? Die Bibel gibt uns eine klare Antwort, weil wir Menschen uns trennen von Gott und unser Glück auf eigene Wege suchen. Das ist der Hauptgrund. Also, mit der Willensfreiheit können wir natürlich nicht alle Fragen vom Leiden beantworten. Es gibt Sachen, die wir nicht beantworten können. Wir möchten nur so diesen 5% kommen, die man nicht erklären kann. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Gott wirkt oder leidet. In Römer 8, 28 heisst es, Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Also Leid an und für sich ist nie etwas Gutes. Es ist auch nicht etwas, was Gott geplant hat. Aber Gott kann aus dem Leid immer noch das Beste machen. Erstens benutzt ja Gott oft Leiden, um uns näher zu ihm zu ziehen. Ist das euch auch schon so erst gegangen? Also wer könnte sagen, dass durch Notsituationen, durch schwierige Situationen, durch Leiden, dass wir dadurch näher zu Gott gekommen sind? Wer könnte das ehrlich bekennen? Der Fall ist schon klar. Also alle, die allermeisten hier sagen, durch Leiden bin ich näher zu Gott gekommen. Das ist mir auch schon so gegangen. Als ich mit zehn Jahren das Bein gebrochen habe, bei einem Unfall, hat es dazu geführt, dass ich dann mein Leben Jesus habe vertraut und ihn in mein Leben eingeladen habe. Dann, zehn Jahre später, hatte ich ein sträuberer Unfall. Und dort war ich vier Monate außer Gefecht. Und in diesem Moment hat mich Gott gefragt, ob ich mein ganzes Leben ihm zur Verfügung stelle und ihm ganz dienen würde. Und da ist etwas passiert in meinem Leben. Ich war bereit zu diesem. Zehn Jahre später hatte ich ein Burnout, als ich im Spital war. Ein ziemlich schlechter Weg. Und in diesem Moment gab es mir eine neue Offenbarung von Gott. Dass ich Gott nicht aus Leistung dienen, sondern aus Gnade. Das war eine der grössten Begegnungen, die ich in meinem Leben hatte. Dann, wieder zehn Jahre später, hatte ich wieder Aufwand beim Klettern. Das war auch wieder vier Monate alt. Und dann habe ich eine immense Offenbarung bekommen, was nach dem Leben kommt. Das Leben mit Gott oder eben der Trend von Gott. Ich hoffe, es wiederhole sich dann nicht wieder in zehn Jahren. Aber es gibt Leute, die wie manchmal ein bisschen schwerhörig sind. Weisst du, Gott flüstert, wenn es uns gut geht. Aber er braucht das Megafon, wenn es irgendwie Notsituationen gibt. Und bei mir hat er oft den Vorschlag gehabt, man braucht es für etwas zu sagen. Aber ich hoffe, euch ginge etwas anderes. Ein anderer Bereich ist, Gott benutzt oft Leiden, um uns sicherer Sachen zu lernen, um uns reifer zu machen. Es heisst von Jesus, im Hebräer 5, Vers 8, Doch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Es ist interessant, dass es sogar von Jesus heisst. Dass durch Leiden hat er etwas lernen konnte. Und durch Leiden passiert etwas in uns. Wir werden das auch mehr verstehen, wer Gott ist. Ich weiss noch, ob wir unterwegs sind nach England, vor vielen Jahren, für dort Englisch zu lernen. Weil Gott hat uns gesagt, wir werden das brauchen in unserem Dienst. Und heute ist es ja so, wenn ich in verschiedenen anderen Ländern auch diene, brauche ich nicht Englisch. Und wir sind unterwegs und das hat gestürmt. Ich sage dir schon nochmal auf dem Schiff nach Galedover, das hat das Gefühl gemacht, wir können kaum einen ankommen. Und als wir dort nachher in so einem Bed and Breakfast übernachtet, hat meine Frau das zweite Kind verloren. Und ich kann dir sagen, in diesem Moment ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich sagte, Gott, jetzt wollten wir dir folgen, dir dienen. Warum jetzt das? Und ich war da im Wohnzimmer innen am Klagen gewesen. Und ich sagte, Gott, warum? Dann haben meine Frau aus dem Badzimmer rausgerufen, Markus, hör auf. Gott ist ein guter Gott. Und Gott macht nie Fehler. Stell dir vor, das Kind war vielleicht behindert oder irgendetwas. Irgendetwas, Gott macht es perfekt. Wir geben dem Kind einen Namen. Wir werden es im Himmel wiedersehen. Und wir haben einen Abschied genommen von diesem Kind und wir haben Tamara gesagt. Und ich weiss, im Himmel werden wir mal unsere Tamara wiedersehen, wenn wir oben ankommen. Ich weiss es. Aber Gott hat mich dann getestet, ob ich ihm die Schuld gebe oder nicht. Und ich habe etwas gelehrt, gibt Gott nie die Schuld. Weil der ist immer verloren. Der Petrus sagt ja das so im ersten Kapitel, Vers 6. Das gehört offenbar zum Leben hier auf dieser Welt, dass es auch Leiden gibt. Ihr versteht mich ja. Ich bin ein positiver Preacher. Also ich bin einer, der für Heilung glaubt, für das Wirken von Gott, für all das. Aber ich bin genug lange mit Gott unterwegs, dass ich muss sagen, es gibt auch Zeiten, wo es Leiden gibt. Ganz ehrlich. Auch wenn wir es nur so gut meinen, aber es gibt Zeiten, wo du Gott nicht verstehst. Es gibt Zeiten, wo du fragst, Gott, wo bist du? Und du hörst noch nichts, du siehst noch nichts, du spürst nichts, aber du gehst gleich da durch. Und so Phasen gibt es, ob wir das wollen oder nicht. Das können wir nur so probieren, religiös zu verändern. Einer von den stärksten Heilungspredigern im letzten Jahrhundert, Swiss-Mikuls-Worst, hat gesagt, grosser Glauben ist das Ergebnis grosser Kämpfen. Gewaltige Zeugnisse sind die Folgen grosser Prüfungen. Grossartige Siege gibt es nur nach schweren Anfechtungen. Weisst du, Gott macht immer das Beste für uns. Das dürfen wir nur mal wissen. Also der zweite Punkt ist, Gott wirkt durch Leiden. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Gott entschädigt uns reichlich für unser Leiden. Eine von den krassesten Geschichten der Bibel ist die von Hiob. Das ist das älteste Buch, das erste Buch, das ist geschrieben worden. Und bei Hiob ist es so, der hatte keine Gemeinde, wo er darüber reden konnte. Er hatte keine Bibel, er hatte gar nichts, ausser seine Gottesbeziehung. Und offenbar ist das zuerst etwas im Himmel abgegangen, bevor das Herr hat krass müssen leiden. Weil er ist der reichste Maximorient. Und dann lesen wir im ersten Kapitel Vers 6. Eines Tages versammelten sich die Engel im Himmel und traten vor den Herrn, unter ihnen auch der Satan. Ich kann nur fragen, was macht er denn da oben? Offenbar wollte er mal ein Psyche machen. Auf jeden Fall hat Gott gefragt, wo bist du gerade gewesen? Er hat gesagt, er ist in die ganze Welt gegangen, überall geschaut, was bei diesen Menschen passiert. Dann hat Gott gesagt, hast du Hiob gesehen? Es gibt keinen, der mir vertraut wie er. Es gibt keinen, der so lebt wie er. Dann hat Hiob gesagt, kein Problem, du beschützt ihn. Solange er beschützt ist, der kann dich loben und dich preisen, dir Opfer bringen jeden Tag. Und der hat es super. Dann hat der Satan einen Vorschlag gemacht Gott. Wir lesen im Vers 11. Versuche es doch einmal und lass Hiob haben und gut verlieren. Dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott in diesem Moment denkt, jetzt schauen wir, ein Exempel statuieren für den Satan und für alle Engelswelt. Was passiert, wenn er alles verliert? Ich kann mir vorstellen, dass die Engel von oben nachher geschaut haben, was passiert jetzt. Und dass auf der anderen Seite Dämonen geschaut haben und der Satan geschaut hat, was passiert jetzt. Und an einem Tag hat der Hiob sein ganzes Vermögen verloren. Alles. Tutiquanti. Seine Herden, alles zusammen. Was er hat verloren am gleichen Tag, zehn Kinder, wo sie ums Leben kamen. Er hat alles verloren. Am nächsten Tag hat er noch seine Gesundheit verloren. Der ganze Körper von zoberst bis zoberst, zunderst, war voll von furchtbaren Geschwür. Ich kann mir vorstellen, wie er Gott da gebetet hat und plötzlich merkt, seine Hand ist voll von geschwürzt. Das ganze Körper hat sich mit Scherben anfangen, die Wunden zu kratzen, weil er so gelitten konnte. Er konnte nicht mehr liegen, nicht mehr aufstehen. Er konnte gelitten wie verrückt. Und in dieser Situation kann ich mir vorstellen, dass die Engel gesagt hat, gib nicht Gott schuld. Gib nicht Gott schuld. Auf der anderen Seite, der Satan sagt, ja, ja, Gott hat es gemacht. Gut, du Gott verurteile. Und der Dämonen hat gesagt, du Gott verurteile. Und das ganze Universum hat zugeschaut, wie in einem Moment der Hiob seine Kleider zerreisst. Und Satan sagt, yes, 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 genau jetzt ist der Moment. Und der Engel hat gesagt, oh, hilft dem Hiob, dass er keine Seich macht. Und dann hat Hiob angefangen, es hat die ganze Sphäre im Universum getönt. Wie in dem Vers 21 heisst, der Herr hat es gegeben. Der Herr hat es genommen. Und Satan sagt, ja, ja, der Herr hat es genommen, der Herr hat es genommen, jetzt kannst du ihm gleich die Schuld geben. Und alles war still. Und er hat es getönt. Gelobt sei der Name des Herrn. Und in diesem Moment ein Juchzt im Himmel. Die Engel haben Gott zu loben und gesagt, ja, gelobt sei der Name des Herrn. Und es heisst, in all dem versündigt sich Hiob nicht. Nicht mit einem Wort. Er hat nie Gott schuld gegeben. Nicht mit einem Wort. Und wie ist es ein Unterschied zwischen uns und den Engeln? Die Engel, die sind geschaffen worden, hat Gott sie gemacht. Und das Erste, wenn sie die Augen auftun, haben sie Gott gesehen. Und ich meinte, wow. Und sie sieht, Halleluja, preist er mir, Lob und Dank. Und seitdem sind sie permanent dran, Gott am Ehren. Heilig bist du einzigartig, gewaltig. Und Gott zeigt nur noch andere Seiten von sich. Und es hört nie auf. Sie merken, wow, das ist ja gewaltig. Und Ehren permanent im Himmel. In dieser Umgebung von Frieden, von Freude, von Herrlichkeit. Aber weisst du, bei Hiob ist es ganz anders. Und es ist bei uns Menschen ganz, ganz anders, verstehst du? Wir haben Gott noch nie gesehen. Dass du Gott ehrst, ist ein absolutes Wunder. Das hast du noch gar nie gesehen. Und wenn es dir nur verschissen geht und dann noch Gott ehrst, dann ist das noch vieles grösseres Wunder. Und du weisst, das Gott schaut vom Himmel an, da gibt es Menschen auf dieser Welt, die ihn ehren, trotz der schwierigen Situationen. Damit die Engel sehen, da gibt es Leute, die Gott ehren, auch wenn sie Gott nie gesehen haben, wenn sie in schwierigen Situationen gehen, wenn sie Gott nicht verstehen und dann Gott ehren. Und das ist die höchste Qualität, die es auf dieser Welt gibt. Und du bist einer von denen, der zu diesem Gott gehört, den du ihn schon persönlich kennst. und Gott ehrst trotz aller Leiden, trotz aller Schwierigkeiten. Und das macht einen Riesenunterschied. Aber der Teufel hat noch nicht schon den Joker gehabt. Er hat gewusst, die Frau vom Hiob, die hat gerade zehn Kinder verloren, zehn Kinder, die sie auf die Welt erbracht hat, zehn Kinder, die sie grossgezogen hat, die, die sie in der Brust hatte, die Kinder, die sie geliebt hat, die sie alles hat, macht sie einfach weg. Zu dem, was sie auf die Bank konntet, wollen gehen, für abheben, für wieder etwas zu kaufen, zu essen, ist einfach leer, hat es nichts mehr. Nicht mehr, nichts mehr zu essen. Nichts mehr. Alles Äschenhaufen, nichts. Ausser nur der Mann, der da auf dem Äschenhaufen ist und seine Wunden leckert und es brutal leidet. Und sie schaut dem zu, und dann hat der Teufel gesagt, was? Jetzt wissen wir, was wir machen. Jetzt setzen wir den Joker noch eins. Dann heisst es, im zweiten Kapitel, Vers 9, wo die Frau sagt, Mach doch Schluss mit Gott und stirb. Aber Hiob sagt er nur, was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen, sollen wir dann nicht auch das Unheil annehmen. Das ist hohe Schule. Von Gott das Gute anzunehmen und auch das Schwierige. Und dann ist ein langer Leidensprozess gekommen. Dann kommen seine besten Freunde, die besten Freunde kommen her und sagen einfach mal eine Woche lang nichts. Vielleicht war es schon gut. Sie haben dann noch genug sage, ich erzählte. Und nachher, als sie den Mund aufzunehmen, sagen sie, Hiob, du bist schuld. Du hast gesündigt. Hiob, du hast jetzt die gerechte Strafe verdient von Gott. Es ist Gottes Gericht über dir. Merkst du es nicht? Du musst umkehren. Und Hiob hat sich gefragt, ja was habe ich für gesündigt? Ich weiss nicht was. Weisst du, was ich an der Eise sagen kann? Wenn du am tiefsten Punkt des Lebens bist, dann lässt Gott oft dazu, dass dann solche Propheten vorbeikommen. Ich weiss, als ich dann auf der Intensivstation war, kaum konnte ich atmen. Also wirklich. Hund, miserabend zu wegen. Ist so ein Prophet gekommen. Und er sagte, schau, Marco, sie hat schon lange gesagt, das ist Sünde in deinem Leben. Darum bist du jetzt so krank. Er sagte, kannst du mir helfen? Was? Nein, nein, das muss Gott selber sagen. Das weisst du schon lange. Und du müsstest eben umkehren. Was noch schön ist, dass es mir eine Frau auch gesagt hat, zu Hause mit vier Kindern, die nicht weiss, ob ich überleben kann. Und so weiter. Weisst du was? Hiob hat dann für deine Freunde gebetet. Und ich kann dir sagen, das ist ein Geheimnis. Du kannst solche Freunde verurteilen, aber du kannst sagen, nein Gott, danke vielmals für solche Freunde, weil das festigt noch meinen Glauben. Ich glaube dir noch mehr, dass mein Gott für mich ist. Ich weiss, Gott lässt mich nicht allein. Und wenn ich nichts spüre, nichts fühle, es hat eine Zeit gehabt, in der ich Gott nicht gespürt, nicht gefühlt, habe ich in der Zeit noch an einem pensionierten Pastor angerufen und gesagt, du, jetzt drehe ich dir langsam durch, jetzt kann man da Leute mir sagen, was ich alles für ein Sünden habe gemacht, aber ich weiss nichts von dem. Dann hat er mir gesagt, du bist schon mal ein Militär gewesen. Dann hat er gesagt, ja, dann hat er eine Auslegung in Ordnung gehabt. Ja, das war aber mühsam, du musst die drei Näderchen haben. Und dann hat er gesagt, ja, du hast die drei Näderchen. Ja, wenn ich auslösen, in Ordnung mache, ist alles okay. dann vergiss den Schrott und packe ein und gehe weiter ohne die Brüder an. Wenigstens braucht man so Leute, die mal sagen, du, jetzt hört es auf da. Schau, Gott hat nachher dem Hiob ein riesiges Geschenk gemacht. Nachdem, dass die da hin und her diskutiert, plötzlich hat sich der Himmel geöffnet und wir lesen im 42. Kapitel, Vers 5, Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen, aber jetzt habe ich dich mit meinen Augen gesehen. Und was ich schon oft erlebt habe in den Leiden, merkst du bei den Menschen etwas so von einem Himmelsglanz. Die, die mit Gott unterwegs sind, die können nur so schwer leiden, du merkst etwas Himmelisches, du merkst etwas von diesem Gott. Es ist wie, der Himmel würde die Erde berühren. Und das ist dem Hiob passiert. Und er hat gesagt, ich habe Gott begegnet. Und nachher heisst es ja, Hiob ist gesegnet worden, nach dem Leiden, welcher von Gott belohnt wurde. Wir lesen im 12. Vers, Der Herr segnete Hiob von jetzt an mehr als zuvor. Bald besass er 14.000 Schafe und Ziegen, 6.000 Kamele, könnte ich sagen, etwa Borsches, 10, 100, 10, nochmal. Der Herr segnete Hiob von jetzt an mehr als zuvor. Bald besass er 14.000 Schafe und Ziegen, 6.000 Kamele, 1.000 Rindergespanne und 1.000 Esel. Er bekam auch wieder sieben Söhne und drei Töchter. Im ganzen Land gab es keine schöneren Frauen als Hiobs Töchter. Natürlich super, im Orient, das war richtig gemiss. Hiob lebt noch 140 Jahre. Er sah Kinder und Enkelkinder bis in die vierte Generation. Schliesslich starb er im hohen Alter nach einem reich und erfüllten Leben. Nicht immer ist die Belohnung schon hier auf der Erde. Aber die Belohnung wird nicht warten, du wirst einmal belohnt werden, im Himmel verleiden. Ganz sicher. Im Römer, im 8. Kapitel, Vers 18 heisst es, ich bin ganz sicher, sagt der Paulus, dass alles, was wir derzeit erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, der Gott uns einmal schenken möchte. Es gibt eine Belohnung für Lieden, egal wie du leidest auf dieser Welt, es gibt im Himmel einmal eine immense Belohnung für das. Und weißt du was, das ist eine Langzeitvision, wo es gibt einmal eine leidensfreie Zone im Himmel. Wenn du Jesus in deinem Herz hast, dann weißt, das ist nur temporär hier auf dieser Welt, aber es gibt einen Moment, wo Jesus selber dir alle Tränen abwischen wird, wo kein Leid mehr wird sein, kein Schrei mehr, kein Not mehr, nichts mehr, nur ewige Freude. Das ist das, was Gott verheisset hat für die, die ihm nachfolgen. Und das ist nicht ein billiger Trost. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Gott nimmt Anteil an unserem Leiden. Im 1. Petrus 4, Vers 13 heisst es, freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet. Dann werdet auch hier jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Hier heisst es, mit Christus leiden. Offenbar ist in der Leiden Christus ganz nach. Er ist bei uns. Und dann haben wir das Gefühl, Gott, du bist weit weg, aber in der Leiden ist er ganz nach. Und ich habe das Gefühl, Gott, jetzt hast du mich ganz verlassen. Er hat versprochen, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Weltende. Und in der Leiden ist er ganz nach. Ob du es fühlst oder nicht. Manchmal musst du nur mal das Wort Gottes festhalten und sagen, Gott, ich weiss, du bist ganz nach. Ich spüre dich nicht, ich fühle dich nicht. Jetzt gefühlt, du bist weit weg, aber er ist ganz nach. Und das ist nun mal die Wahrheit. Mit Christus leiden. Und über überzeugte die Leute, die der Leiden gehen, ist Jesus ganz nach. Mit ihm. Und ich glaube, das ist der schönste Punkt von allen, dass Jesus Anteil nimmt an unserem Leiden. Das weltberühmte Theater, The Long Silence, beschreibt, dass am Ende der Zeit Milliarden von Menschen vor dem Thron Gottes sind. Und vorne sind ganz viele in Ehrfurcht vor Gott. Aber weiter hinterher gibt es so Gruppen von Menschen, die sagen, der Gott, der hat keine Ahnung, was wir hier durchgemacht auf der Welt. Der hat keine Ahnung von Leiden, wie will der uns richten? Und dann bilden sich so Gruppen, eine zieht den Ärmel hoch und zeigt die Tätowierung, die sie im Nazi-Konzentrationslager hat erlebt, die Nummer. Und dann hat sie gesagt, schau, man hat mich gefoltert, man hat mich geplagt und zuletzt bin ich umgebracht worden. Der Gott hat keine Ahnung, nur weil ich Jüdin war. Ein anderer, ein Schwarzer, hatte den ganzen Rücken total vergeisselt, weil er ein Sklave war. Und zuletzt noch ein Striebe um den Hals, weil er enthängt worden ist. Nur als Sklave war. Und so geht es weiter, ich erzähle ganz viele von ihren schwierigen Erlebnissen auf dieser Welt. Und diese Gruppen kommen sich zusammen und sagen, wir müssen jeweils einen Anführer führen, der uns vorhanden verteidigen und sagen, Gott hat keine Ahnung, was uns passiert ist. Der Gott weiss nicht, was Leiden ist. Dann gehen sie nach vorne und dann machen sich zusammen eins, dass sie sagen, Gott, wenn du eine Ahnung haben, zu leiden, dann müsstest du als Jude geboren werden, weil es gibt kein Volk auf dieser Welt, das so leiden musste wie die Juden. Dann müsstest du nach der Geburt als Asylant fliehen. Und wenn du wieder zurückkommst, müsstest du dort immer so ein bisschen auf Pass auf sein, weil wir mal dich umbringen. Dann müsstest du sein, dass die engsten Freunde dich verraten und dich verlassen. Dann müsstest du von einem Gericht unrechtsmässig, weil du keine Fehler hast gemacht, müssen sie dich verurteilen zum Tod. Dann sollten sie dich ausgeißeln, dann sollten sie dich brutal quälen bis zum Tod. Als sie das alles gesagt haben, war es lang still im Himmel. Und dann plötzlich sah sie Jesus, der Sohn Gottes. Dann haben sie gemerkt, Gott weiss, was leiden heisst. Es heißt in Jesaja 53, 4, er leidt die Schmerzen. Das ist auf Jesus bezogen. Die wir hätten ertragen müssen. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Weisst du, es gibt keinen Buddha, der Anteil nimmt an deinen Lieden. Es gibt keinen Mohammed, der Anteil nimmt an deinen Lieden. Der ist unberechenbar. Es gibt keinen anderen, der Anteil nimmt an deinen Lieden. Es gibt keinen Guru, keinen Religionsführer. Der Einzige, der Anteil nimmt an deinen Lieden, ist Jesus, der Sohn vom lebendigen Gott. Es gibt sonst niemanden, der Anteil nimmt an den Lieden und sogar noch deine Lieden auf sich nimmt. Das ist ein riesiger Unterschied. So gibt es niemanden im ganzen Universum, der die Lieden dieser Welt weggetragen. Das ist der Einzige, Jesus, der Sohn Gottes. Die Frage ist, entscheidest du dich für Jesus? Dann wirst du eine Ewigkeit erleben, wo es keine Lieden mehr gibt. Oder du sagst, nein, ich brauche Jesus nicht. Dann würde das Lieden erst recht anfangen, nach dem Tod. Das heisst, die ewigen Qualen werden sein. Jesus ist der Einzige Weg zum Vater. Er ist der Einzige, der sämtliche Leiden wegnimmt. Es gibt sonst niemanden, ausser Jesus, der Sohn Gottes. Amen.